Hey, du, ja genau, dich meine ich. Du möchtest beim bisher schönsten und längsten Morgaine-Konzert dabei sein? Dann komm am 28. Mai in den Loreley-Saal im wunderschönen Wien. Lass dich zwei Stunden lang mit Herzmusik berühren und sei dabei, wenn ich das erste Mal gemeinsam mit dem außergewöhnlichen Komponisten Jack Center live am Piano performen werde. Wir werden dich durch eine innere Reise der Emotionen mitnehmen und einige Songs sogar als reine Unplugged-Version, also nur mit Klavier- und Gesangspielen. Nach dem Konzert kannst du mich natürlich auch live treffen. Wir können miteinander sprechen und Fotos machen. Wenn du bei diesem besonderen Abend dabei sein möchtest, dann hol dir jetzt ein Ticket auf eventpride.at. Alle Infos findest du dort und auf meiner Website. Ich freue mich auf dich. Eine starke Seele, wunderschöne mit Periode mit Periode Mit Periode